hey leute und willkommen zurück zu einer weiteren neuen let's play folge wo w mit unseren hordejäger ja was haben wir letzte woche gemacht letzte woche war mal eine schlange wir haben saphire gesucht schlangen getötet und die aufgabe war noch nicht beendet deswegen werden wir sie heute beenden hoffe ich dass wir das schaffen erstmal werden wir die beiden töten und dann wollen wir mal ein paar saphire suchen aber hier ist keiner komische stimme wenn wir mal kurz hier hoch hier soll auch einer sein da die reihe und soll den anderen eine lehre sein sagten immer mit er kommt hier töten ruhig mal schnell wenn jetzt nicht sein lassen könnte mich in ruhe zu lassen ihr wisst es dass ihr sterbt ihr wisst es ihr wisst auch ein ziel ich habe kein ziel schön und erledigt noch nicht zuerst etwas an wie sie sondern können wir die aufgaben abgeben erstmal nur das kraut natürlich noch mal mit dann werden wir erstmal zu ich für diesen stern ob muss dieser stellen wir gucken jetzt hier auf der seite drin dann hat er gerade erledigt toll aber wenn wir nichts mehr leben wir wissen aber jetzt wo es kommt hier lang hinterm haus so gehen wir erstmal die aufgaben ab hier bei den füchsen haben wir letzte woche angenommen findet der draußen bloß nicht den tod seid ihr auf einen handel aus so habt ihr was für mich tötet Aufseher okay na klar töten wir den Aufseher erstmal zur Statue so 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 uuuh wenn ihr diese nachricht empfand befürchte ich dass ich zu spät war karteck hat unser volk verraten und will die barriere zerstören die wir einst um das grab errichtet haben ich bete dass das versteck meines schlüssels sicher ist und nur ihr es finden könnt okay es gibt so ein schönes drin aus mit dem herr gold das hier so jetzt wollen wir den aufseher noch mal schnell töten das bestimmt oben der ist bestimmt hier oben sage ich doch die anderen hüte haben versagt aber nicht ich für karteck du bist gleich weg wirst du möge dieses der andere seelern wollen zwar kann man besiegt ich besiege auch schnell ich brauche ein ziel haben wir dann werden wir jetzt die aufgabe diese abgeben da hinten wir gehen noch mal jetzt diesmal vielleicht ist das stern ob noch da werden wir den stern ob auch gleich erledigen der ist nämlich hinterm haus wieder festgestellt haben das nehmen wir noch mal mit nervst du denn so da ist ja so dann wollen wir den mal erledigen wenn man das mal zeigt und ihr wollt also sterben diesen wunsch gewährle ich habe keine chance unser tier ist tot fast tot er lernt es auch nie dass wir keine chance gegen uns habt sondern wenn wir mal glaube ich dass die letzte aufgabe von dem geben benötigt ihr irgendetwas wer überleben will muss einfallsreich sein sehr schön haben wir geschafft und dann können wir jetzt die aufgabe abgeben hier hier unten hier unten ist das guten tag so schlagen man cortic hat diesen krieg über uns gebracht findet zum sonntum die treulosen unseren tempel nicht ein erster draußen mal auf euch auf so bringt er uns jetzt in aber wir steigen einfach mal auf was passiert unser tempel ist die letzte bastion gegen die treulosen vor langem lebten wir in einheit wie unser loa es gewollt hätte seit cortex verrat haben die treulosen in unserem land krieg entfacht cortic führt sie an auf ihrer suche nach den übrigen schlüsseln er will die barriere um atul amann brechen und mit dem darin verborgenen ganz suldazar erobern wir werden ihn aufhalten koste es was es wolle dass ihr zurück seid die treulosen haben vorig ok dann wollen wir mal seid ihr hier um zu helfen wir tun was getan werden muss wir müssen stark bleiben möge zektrales uns alle retten ok hier ist noch eine aufgabe so wollen wir mal kommt keiner mit muss ich wieder alles allein erledigen aber klar das war klar sogar noch eine aufgabe ich frage ein tisch ich musste er hat das anbieten das imperium muss sterben es gab es auch in einem film ohne ich habe kein tisch ich musste erst etwas anbieten klar werde ich aufhalten zwei zerstören ich muss zuerst etwas anbieten so weiter geht's euer tot soll den anderen eine leere anbieten auch zerstören zerstören tötend 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 das johann krieg ihr werdet brechen wie glas ach wer mal gar nicht ich habe kein ziel aufgeschlossen so aber die beiden noch zerstören ich soll mal retten ich schulde euch mein leben trefft mich im tempel hier ist es nicht sicher echt ist es nicht sicher nicht nur ein fuchs bist du so den da hinten warum auch noch ich bin außer reich weiter und sommer ist noch nicht sterben ich muss zuerst etwas anvisieren aber wir einfach zu schnell unterwegs ich habe kein ziel ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren das war mal kaputt dann müssen wir noch mal schnell und das flugpunkt und dann wenn wir noch den einen töten das war nicht so auf mountain oder haben wir alles erledigt dafür noch alles erledigt da kommen den stern ob wir auch noch gleich mal wird klatschen wenn wir hier schon sind und attacke der tempel muss fallen schlachten alle ab die sich unter den weg stellen ach du schlachtest gar keinen ab bis gleich geschichte alte schlange doch haben wir die haben die sagen da muss ja schon was schönes bekommen brauchen wir zwar nicht aber egal sondern wenn wir mal die aufgaben abgeben sind die hier oder wir sind wir zu hoch sag ich doch hier sind wir zu hoch eh dann müssen wir wieder raus dann müssen wir wieder raus und dann müssen wir auch andersrum das ist ja ob es so verwinkelt ist genau hier lang ist auch gleich noch ein kraut an der wand ist natürlich mit so wenn wir mal alle aufgaben abgeben corteck hat diesen krieg über uns gebracht wir werden niemals aufgeben so corteck hat diesen krieg über uns gebracht wir werden niemals aufgeben ok aber ich würde sagen wir machen hier nächste woche weiter sprechen wir dann mit worik und hören wir uns an was er uns zu sagen hat wenn es euch gefallen hat lasst mir doch ein abo da und kam unter feedback würde mich freuen ja ein like ihr wisst alles ja ich bin gerade voll raus wie das hat noch mal auf jeden fall wir sehen uns nächste woche wieder zu einer weiteren let's play folge ww bis dahin auf wiedersehen und tschüss